Wir sind jetzt beim Mysterium, ESC war das und T war das und kann gut Englisch, das war echt krass, jetzt gucken wir rein, sie singt Moon River, ich halte jetzt den Druck kurz und wir gehen jetzt. Ich glaube, dass es eine Sängerin ist, sag ich euch ganz ehrlich, vom Sound und das alles her, definitiv sehr krass und sehr, sehr gut, aber wer kann das sein? Wir gucken natürlich weiter, los geht's. Gute Frage, wir werden natürlich gleich nochmal gucken, wenn ihr in Hüllung ist, wer da drunter ist, aber es ist eine Profisängerin definitiv und irgendeine vielleicht, die wir am ESC dabei waren, schauen wir mal, also bis später.